Das ist mein Mittagessen. Also ich muss zugeben, ich hatte noch eine Brezel und ein bisschen Käse. Ich habe in meinem Leben niemals Hunger gelitten. Gott sei Dank. Meine Großmutter, die kannte das Gefühl sehr, sehr gut. Meine Eltern auch noch ein bisschen. Heute ist Welternährungstag. Alle vier Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Aber wir können alle Menschen mit den Lebensmitteln, die wir wegschmeißen, ernähren. Dieses System ist total irre. Wir pressen hier aus unseren Böden das letzte raus, was drin ist und gefährden die Zukunft dieser Böden dadurch, weil sie mit Gift getränkt werden und deshalb dauerhaft einen geringeren Ertrag haben werden, die Biodiversität schwindet, um unsere Lebensmittel möglichst billig zu haben, wovon wir dann die Hälfte wegschmeißen. Mir ist klar, dass es für viele Menschen schwierig ist, sich gute Lebensmittel leisten zu können. Da müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass das möglich ist. Aber dieses System ist nicht richtig, dass so viele Menschen keinen Zugang zu gutem Wasser und guter Ernährung haben und wir so viel wegschmeißen. Dieses System müssen wir verändern und daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Aptal. Wir können sie diewestern hier ähnliche Kraft geben. Aber wir können sie vielleicht auch nicht machen. Wir können sie ja nicht machen. Wir können dieундbezügehen. Das ist ein Glück, ein Glück. Wir können sie nicht mehr als encounters. Wir können sie nicht mehr, weil sie nicht mehr entspannen. Wir können sie nicht mehr, weil sie nicht mehr als Taubchen sinnersik, wir können sie nicht mehr als Taubchen zu haben. Wir können sie nicht mehr wieder bekommen.